Hi Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part unserer Teams2Play, auf die wir jetzt etwas genauer schauen. Wir haben im letzten Part mit dem FC Chelsea eine sehr interessante Aufgabe in England vorgestellt. In diesem Jahr geht es etwas weiter nach unten und das wird bestimmt irrsinnig interessant. Wir haben uns für den FC Andorra entschieden. Und warum? Ja, die ist in dem spanischen Ligasystem und irgendwie hat es auf jeden Fall einen Reiz, einen Fußballzwerg oder einen Verein aus einem Land, aus einem sehr, sehr kleinen Fußballland nach oben zu bringen. Und wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel auch San Marino Calcio bei den Teams2Play gehabt. In dem Jahr der FC Andorra, was ich sehr interessant finde, ist, dass der Rappi Ke als Präsident hat. Das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Der hat sich anscheinend vorgenommen, diesen Verein nach oben zu bringen. Dort ist auch aktuell Gabri Trainer. Der hat über 120 Spiele für Barca gemacht. Das heißt, da ist schon eine gewisse Connection da. Und ja, ich glaube, die haben ein 500er Stadion. Schauen wir einfach mal gleich rein. Also ein Stadion für 500 Personen nur. Zumindest stand das auf Wikipedia. Da steht 1200. Schauen wir mal kurz, ob Piquet da auch drinnen ist als Mitarbeiter. Wo haben wir Präsidenten? Eigentlich sollte der hier sein, oder? Jetzt können wir hier nochmal der Vorstand. Da haben wir es. Okay. Ist jetzt dann als Präsident Scherab-Ike nicht eingetragen. Auf Wikipedia ist es zumindest. Ja, wirklich interessanter Klub. Also wir sehen hier, die kommen aus Andorra. Das heißt natürlich, auch die Jugendspieler kommen aus Andorra. Und Ziel ist es natürlich, wenn du diesen Verein weiterentwickelst, dass du auch gleichzeitig das Land damit ein bisschen pusht. Weil Andorra, wenn man schaut, die haben kaum echte Nationalspieler. Aber das ist natürlich fußballerisch eine ziemliche Katastrophe. Und die haben halt auch eine eigene Liga. Aber die ist kaum konkurrenzfähig. Das heißt, im Endeffekt kannst du die ziemlich knicken. Deswegen hast du hier halt in Spanien wirklich das Potenzial, noch ein bisschen was aufzubauen. Aber sicherlich eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Schauen wir mal, was die Ziele sind. Und zwar haben wir als Einzielspieler unter 23 für die erste Mannschaft verpflichten. Wichtigkeit Mittel. Über den 5-Jahres-Plan muss man natürlich auch reden. Und zwar ist die Pflicht, das Gehaltsbudget einzuhalten. Ganz klar. Ende der aktuellen Saison soll man in die obere Tabellenhälfte kommen. Auch das ist Pflicht. Und danach ist anscheinend das Ziel Playoffs. Das heißt, jetzt hat man noch nicht unbedingt das Zielgleichaufstieg ausgeschrieben. Aber man sollte sich auf jeden Fall nach oben orientieren. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze so funktionieren könnte. Von den Einrichtungen her sehen wir 1200 Stadion. Wir sehen hier, also wenn man das übernimmt, 2015 sogar gebaut, das Stadion. Wenn man das übernimmt, diese Aufgabe, dann muss man halt echt schauen, dass man auch die Einrichtungen schrittweise verbessert. Was man halt wirklich braucht, ist auf jeden Fall auch bessere Jugendspieler. Das heißt, hier sollte man auf jeden Fall nachjustieren. Und ja, die Frage ist natürlich, mit welchem Geld? Man hat nur 519.000 am Konto. Also auch das ist natürlich dann heftig. Wir sehen beim Budget, dass wir noch ein übriges Gehaltsbudget von 1,27 Millionen haben. Das finde ich wieder relativ viel. Und das wäre Budget 144.000. Ist jetzt Stand Beta. Das heißt, da kann sich natürlich noch was tun, aber ich zeige euch die Teams to play. Gleich anhand der Beta. Ja, das Spiel ist ja noch nicht heraußen. Wir schauen jetzt einfach mal gleich auf die Mannschaft. Da sehen wir, dass man nur vier Spieler aus Andorra hat. Das heißt, das liegt wahrscheinlich auch daran, um konkurrenzfähig zu bleiben. Man hat viele, viele Spanier hier drin. Man hat zwei Afrikaner drin, drei Südamerikaner. Ist auf jeden Fall quer durchgemixt. Zum Alter her sehen wir, dass man sehr viele junge Spieler drinnen hat, aber auch sehr viele Spieler über 30. Also das ist schon eine ordentliche Aufgabe, die dann natürlich auch zu ersetzen. Jetzt schauen wir mal kurz durch. Gehen wir einfach mal auf Berichte. Dann sehen wir, wie stark ungefähr die Mannschaft eingeschätzt ist. Also hier hat man wohl die Nummer 1. Miguel Banyuz. Banyuz, würde ich sagen. Ja. Ist eigentlich. Interessanterweise hat er nur die Rolle des Ersatztorhüters. Finde ich auf jeden Fall nicht so schlecht. Wenn man uns den anschaut, Niko Ratti. Der hat eigentlich auch nur die Rolle des Ersatztorhüters. Also da finde ich ihn auf jeden Fall als Nummer 1 besser. Wir sehen auch von der Stärke wird er ganz gut eingeschätzt. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Dann sehen wir, was ich mal so auf den ersten Blick erkennen kann, nur zwei Innenverteidiger. 22-jähriger Spanier. Das heißt, der hat auch noch ordentlich Potenzial nach oben. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Dazu noch Raúl Feherr. Ja gut. Also Innenverteidiger muss da auf jeden Fall was unternehmen. Dann haben wir rechts Miguel Llorero. Der ist sehr stark. 22 Jahre jung. Und der hat auf jeden Fall schon einiges drauf. Volle macht sehr offensiv stark. Die Frage, wie offensiv man mit den Außenverteidigern spielen möchte. Zusätzlich gibt es noch Javi Martos. Ist nicht der Größte. Könnte man auch ins Zentrum stellen. Oder als defensiver Mittelfeldspieler. Da finde ich ihn fast interessanter. Wobei man auch sagen muss, mit 35 Jahren ist der gar nicht so langsam eigentlich. Aber der wird schnell mal abbauen. Also den würde ich auf der 6 ganz in Ordnung finden. Als sehr erfahrenen Mann. Dann hast du noch Oriol Dodd. Würde ich rechts hinten als Backup sehen. Mit seinen 31 Jahren. Ist jetzt nicht so tragisch, wenn es den als Backup passt. Dann hast du hier Gilmar. Einen Kolumbianer. Sehr schnell. Ordentlicher Linksverteidiger. Ist jetzt nicht der offensiv stärkste. Also den könnte man durchaus auf Verteidigen stellen. Ist ja hier auch eingestellt. Damit der nicht ganz so viel mit nach vor geht. Dann hast du noch einen 21-jährigen Juan Cervos. Okay. Ist auf der Transferliste. Sehe ich ehrlich gesagt auch nicht viel Potenzial. Also den kann man auf jeden Fall abgeben. Dann hat man links hinten noch einen. Der ist mehr oder weniger vertraglos. Also vielleicht ist da der Vertrag schon ausgelaufen. Auf jeden Fall kriegt er kein Geld. Könnte auch sofort wechseln, wenn da ein Verein interessiert wäre. Deswegen denke ich mir ehrlich gesagt, den könnte man durchaus links hinten behalten. Ist auf jeden Fall keine Tragik. Muss man sich halt anschauen. Nicht, dass der dann weggekauft wird. Und dann hast du keine Linksverteidiger, keine Linksersatzverteidiger mehr. Das wäre natürlich bitter. Annamarai. Okay. Vor allem spielerisch stark. Naja, passend. Übersicht ist gut. Tackling hat der aber auch kein schlechtes. Also der kann eigentlich alles. Box zu Box wäre auch eine Überlegung. Da kann er nicht gut genug dribbeln. Aber damit kann man schon leben. Irgendwo muss man halt Abstriche machen auf dem Niveau. Marti Riverola, Spielmacher. 28 Jahre, sehr erfahren. Der war, ah der, den kenne ich sogar noch bei Alltag in Österreich. War bei Bologna, bei Barca in der Jugend. Vitesse, der ist viel herumgekommen. Mallorca, dann war er in Italien. Lustig, dass der dort spielt. Ja, dann sehen wir sehr viele Flügelspieler. Das ist wirklich interessant. Mohamedou Keita, 19 Jahre jung. Ist okay. Dann haben wir einen Miguel Palanca. Technisch irrsinnig stark. Körperlich nicht mehr ganz so. Finde ich als erfahrener Ersatz jetzt nicht so schlecht. Dann haben wir auch da wieder ein junges Linksverteidiger-Talent. Sind jetzt nicht die ganz großen Talente, die die mega Karriere machen. Aber vielleicht reicht es für die dritte spanische. Alex Martinez ist auf der Transferliste. Den finde ich ein bisschen interessanter. Hat auch ein bisschen mehr Potenzial. Dann haben wir es da einen verliehen. Ludovic Clement. Kennt man den? Ne. Haben wir nur vom Namen her bekannt vor. Mental irrsinnig stark. Körperlich nicht vorhanden. Technisch. Ja, den Wert Technik selbst hat er. Aber den Rest kann es knicken. Den würde ich auf jeden Fall abgeben. Dann haben wir Ruben Beauvais. Ja. Ordentlich eigentlich. Also ich finde, da ist die Einschätzung fast ein bisschen zu schlecht, muss ich sagen. Ich finde den jetzt nicht so schlecht. Victor Casadesus. Stark eigentlich. Ist zwar schon 34. Hat Status Superstar. Interessant. War bei Levante lange bei Mallorca. Vorher zehn Jahre. Na ja. Dann haben wir Ernest Forgas. Noch ein Stürmer. Moussa Sidibe. Für den Flügel auch interessant. Und dann haben wir da zwei geliehenen Alex Pachon. Finde ich ehrlich gesagt nicht so aufregend. Und der ist schon ein bisschen stärker. Eimeri Pinga aus der Schweiz geliehen von Sion. Ja. Ist in Ordnung. Also wie könnte man diese Mannschaft aufstellen? Ich würde jetzt mal noch kein wirklich das taktische Konzept überlegen. Man hat nur zwei Innenverteidiger. Das heißt, momentan würde ich auf jeden Fall auf die Viererkette setzen. Man hat sehr viele Flügelspieler. Die Frage ist halt einfach, ist ein 4-3-3 zu offensiv? Ich tendiere mal in diese Richtung. Wo ist das? 4-3-3. Egal. Ich stelle es einfach selbst auf. Und dann schauen wir mal. Also Banyus war glaube ich die Nummer eins. Den würde ich wahrscheinlich aufstellen. Dann hat man die zwei Innenverteidiger. Das stellt sich mehr oder weniger von selbst auf. Der kann auch links spielen. Das heißt, ich würde den mal nach links tun. Aber da muss man auf jeden Fall reagieren. So. Rechts hinten. Oriol Dot war ein sehr erfahrener Backup. Ist halt die Frage, wie gut kann ich mich an die ganzen Spieler jetzt erinnern, die wir uns da angeschaut haben. Ja, das wäre der klassische Rechtsverteidiger. Flügelverteidiger auf verteidigen. Da ist halt die Frage, ob es den wirklich nur verteidigen lässt. Aber vielleicht, ja dadurch, dass man nicht unbedingt zu den Spitzen-Teams zählt, ist das vielleicht mal eine ganz gute Überlegung so. Jetzt muss ich nochmal schauen. Links hinten. Kervos nicht wirklich stark, genau. Wilmar. Der war das, ja. Den würde ich auf jeden Fall auf verteidigen stellen, weil der ist offensiv. Flanken 9, Dribbling 9 nicht wirklich zu verwenden. So, dann muss man sich das Zentrum anschauen. Also da hätte ich eigentlich an diesen einen, war das Rechtsverteidiger, Javi Matos. Ja, genau. In den, ich glaube, dass der eine ganz gute Führungsrolle da haben könnte, wenn du den da hinten drinnen hast, als ein Ballerobernden ist er mir fast zu langsam, als tiefer Sechser, dass der da hinten halt steht oder abräume. Das sieht halt schon nicht so schlecht aus. Würde ihn wahrscheinlich aufgrund seiner Erfahrung einsetzen. Auf der Position. Ja, und dann muss man schauen. Rivarola. Wäre wahrscheinlich der Spielmacher da drin in dieser Mannschaft. So. Wird auf zurückgezogener Spielmacher gehen. Für den Moment mal. Dann haben wir den Rai. Ja, klassischer zentraler Mittelfeldspieler. Würde da jetzt nicht wirklich Box-to-Box oder so einstellen. Rivarola sind beide Rechtsfüßer. Da haben wir Rai. Würde das einfach so in die Richtung machen. Und dann sieht man eigentlich eh, dass man für das Zentrum in vielen Bereichen nicht so wirklich gut aufgestellt ist. Man hat auch irrsinnig viele Stürmer im Kader, was ich ein bisschen unnötig finde. Der Cater rechts ist zu schwach. Ich stelle mal wieder Bericht ein, damit ich mich da ein bisschen besser... Wer ist das? Das ist natürlich toll jetzt. Glaubt man das mal ein. Cazadezus ist auf jeden Fall der stärkste Spieler im Kader. Den muss man mehr oder weniger aufstellen. 1,80 groß. Das heißt, der ist nicht der offensiv... Also nicht der größte. Wird den wahrscheinlich als hängende Spitze auf Attack stellen. Aber das muss man sich anschauen. Stärke... Miguel Palanca. Den auf rechts. Finde ich auch absolut in Ordnung. Und wie schaut es mit links aus? Wen haben wir da noch? Da ist dann schon ein bisschen ein Abfall zu erkennen. Nicht Abfall im Sinne von, die sind so schlecht. Aber, naja. Was mir auch auffällt, ist, dass die generell alle nicht schnell sind. Ich meine, gut, man hat jetzt auch viele ältere Spieler da in der Mannschaft. Aber grundsätzlich fehlt da schon ein bisschen Tempo. Da muss man mal schauen, dass man dann vielleicht, der ist Verlin, auf ein paar jüngere Spieler setzt dann. Der ist zumindest ein bisschen schneller. Und ein Talent, den würde ich auf jeden Fall nicht auf die Transferliste tun. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie du das angehst. Also, persönlich würde da nicht zu viel auf Tempo setzen, weil du es eben einfach nicht hast. Also, ich glaube nicht, dass du da groß mit Kontern Erfolg hast. Also, da musst du echt versuchen, dass du schon langsam den Ball noch vorkriegst, dich langsam noch vorkombinierst. Und deswegen würde ich persönlich versuchen, von hinten rauszuspielen mit kürzeren Passspielen und weniger Tempo. Das heißt, du musst halt tatsächlich auf Ballbesitzfußball setzen. Das ist eigentlich, ich sage mal, wenn ich mit einem kleineren Team spiele, dann bin ich eigentlich schon eher der Fan davon, ein bisschen schneller nach vorne zu spielen. Nach Ballverlust wird man sich neu formieren. Nach Ballgewinn würde ich vielleicht sogar die Formation halten oder einfach nichts einstellen und einfach mal schauen. Weil, wie gesagt, die Counter, da läuft dir der Gegner relativ einfach alles ab. Dann würde ich persönlich etwas tiefer attackieren. Kann natürlich da in dem Bereich aggressiver attackieren. Würde vielleicht die Verteidigung ein bisschen enger stellen, damit man es da einfach dem Gegner ein bisschen schwerer macht, durchzukommen. Und so in der Richtung würde ich es hier, glaube ich, angehen. Und dann muss man halt echt durchschauen und hier ein bisschen aussortieren. Also, eben, wie gesagt, gerade die Stürmerposition. Man hat hier zwei Stürmer geliehen. Das heißt, eigentlich, wenn man sich die beiden anschaut, bist du auf der Stürmerposition schon voll. Weil, ja, da ist es auch egal, wenn sich wer verletzen sollte. Damit kommst du durch. Moussa Sidibe, den könnte man links außen als Ersatz nehmen. Borges, 25-jähriger Spanier, würde ich, glaube ich, abgeben. Brauchst einfach nicht wirklich. Clement, haben wir gesagt, würde man abgeben. Der ist eh verliehen. Dann haben wir Alex Martinez, den würde ich wahrscheinlich auch verleihen, nicht verkaufen, weil der hat noch mehr Potenzial. Der könnte zumindest für die Nationalmannschaft ganz hilfreich werden. Ika Goujon, oder Goujon? Ja, dem wird nicht mehr ganz so viel Talent nachgesagt, aber ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht. Hier, Mohamedou Keita, haben wir uns eh schon angesehen. Ist auch okay, aber das Niveau ist da halt schon ordentlich niedrig. Links hinten, Kervos würde ich verkaufen. Da hast du dann noch diesen Besone, der ist relativ alt, den würde ich auch wahrscheinlich dann abgeben. Beziehungsweise, eben wie gesagt, wenn er gratis ist, kannst du den eh im Kader lassen. Dann haben wir noch den Aureol Dot. Ja. Rechts hinten, Ersatz, warum nicht? Tackling 14 ist ganz gut, er ist nicht der Langsamste mit seinen 31 Jahren. Aber da ist auf jeden Fall viel zu tun. Ich meine, was halt natürlich gut ist, ist wirklich dieses Budget. Okay, also ich hoffe, das hat man dann auch in der finalen Phase, außerhalb der Beta. Weil das sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Schauen wir mal ins Leistungszentrum. Wen haben wir da noch verliehen? Also es sind eben nur die beiden, okay. Wie schaut es in der U19 aus? Achso, da wollte ich eigentlich rein. Gut, man hat keine U19, also da sind keine echten Spieler drin. Andorra B, da hat man ein paar drin. Da muss man dann halt schauen, wenn die alle nicht zu gebrauchen sind. Also die Jüngeren würde ich in die U19 schieben, wobei da gibt es anscheinend auch keine Spiele. Aber vielleicht kann man die, die zumindest ein bisschen Potenzial haben, verleihen, dass sie in Andorra in der Liga halt spielen. Solche Spiele wie den hier brauchst du halt einfach nicht in der Mannschaft. Das ist absolut uninteressant. Und von der Terminplanung her sehen wir eben, also das ist jetzt auch da rein verschoben. Also die U19 hat keine Spiele. Die Andorra B11 auch nicht. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Also ja, da musst du über die Laien gehen. Da musst du halt dann echt schauen, dass du, wie gesagt, junge Talente eher in Richtung Andorra verleihst. Und da ist vielleicht auch ganz wichtig, dass ihr das Liga-System in Andorra aktiviert. Ich glaube, dass das für die Entwicklung generell nicht schlecht wäre. Vielleicht dort dann auch immer wieder einen Scout haben, wenn mal wirklich ein gutes Talent rauskommt oder so bei irgendeinem anderen Klub, dass ihr euch dieses Talent dann auch wirklich sichern könnt. Ja, gut. Also das ist eine wirklich interessante Aufgabe. Das ist, glaube ich, eine schöne Herausforderung. Sicher nicht einfach. Wäre auf jeden Fall ein Spielstand, den ich sehr gerne sehen würde in den Safe Games. Also wenn ihr da mal was macht und was erreicht habt und die nach oben gebracht habt, bitte unbedingt schicken. Aber zum Thema Safe Games kommen wir dann eh noch im nächsten Jahr. Da haben wir eh noch Zeit. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe. Ich bin schon gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, morgen gibt es dann, muss ich nachschauen, genau, gibt es dann den Fußballwelt.at Zockabend. Samstag haben wir wieder das nächste Team2Play zum Vorstellen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe auch. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Ciao.